Die deutschen Reiter waren eine eigentümliche Truppengattung, die während der Zeit des Schmalkaldischen Krieges neu gebildet wurde. Vorher hatten die gemischten Reiterstandarten aus Lanzierern, Kürissern und Karabiniers bestanden. Die deutschen Reiter ritten leichtere Pferde als die Lanzierer und Kürisser und wurden insbesondere in der norddeutschen Ebene westlich von der Oder angeworben. Sie hießen auch Ringerpferde, weil sie geringere Pferde ritten und trugen offene Eisenhüte. Leichte Trapanisch oder Kulam mit eiserner Halsberge anstatt der geschlossenen Helme und schweren Eisenpanzer der übrigen Kavalerie. Wegen ihres schwarz angestrichenen Eisenzeuges nannte man sie auch die Schwarzen. Die Bewaffnung der deutschen Reiter bestand aus Schwertern und Ratschlosspistolen. Sie pflegten in tiefen Haufen bis auf Pistolenschuss weiter an den Feind heranzutraben. Gliederweise zu feuern und sich schwenkend um die Flügel hinter den Haufen zurückzuziehen, sodass ihre Front ein unaufhörliches Feuer unterhielt. Diese Taktik nannte man Karakula. Ihre große Beweglichkeit erleichterte ihre Verpflegung und befähigte sie zugleich auch zu selbstständigen Unternehmungen, in ihnen entwickelte sich. Erstmals der Reitergeist im Sinne der späteren Kavalerie. Sie konnten ohne Fuß volkweite Feldzüge unternehmen, waren geschickt im Kleinkrieg und lieferten selbstständige Schlachten, Z. B. in der Schlacht bei Sievershausen. Markgraf Albrecht Alkibiades von Brandenburg-Kulmbach und Kurfürst Moritz von Sachsen förderten die Ausbildung der deutschen Reiter. Im Ausland waren sie bald gefürchtet, aber auch aufgrund ihres Rufes als Söldner angeworben. Während der Hugenottenkriege kämpften sie in jedem Gefecht auf beiden Seiten. Frankreich wurde damals mit Recht der Kirchhof des deutschen Adels genannt. Denn ein großer Teil des märkischen und hessischen Adels ist dort gefallen. Der Name der deutschen Reiter hat sich später noch im Französischen erhalten in dem Ausdruck Sion wie Reitere, im polnischen Reiterie und im englischen Reiters. Bekannte Kommandeure der deutschen Reiter. Albrecht Alkibiades Christoph Martin von Degenfeld Schwarze Reiter Schwarze Reiter waren deutsche Kavaleristen des 16. Jahrhunderts, die mit Drahtschlosspistolen und Schwertern bewaffnet waren. Ausgerüstet waren sie mit Trapanischen und Eisenhüten oder auch Sturmhauben. Der Name Schwarze Reiter kommt daher, dass man aus Kostengründen minderwertigen Stahl für die Rüstungen verwendete und sie schwarz ätzte, damit sie nicht so schnell rosteten. Mit der Zeit waren diese Schwarzen Reiter gefragte Söldner im In- und Ausland. Die Engländer nannten sie Im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts gingen aus den Schwarzen Reitern die Akebuser Reiter hervor. Siehe auch Landseerer, Kürassiere, Akebuser Reiter.